Habe ich fast vergessen, wir müssen ja nur die Abrechnung machen. Stimmt, die Abrechnung. So, okay, der größte Kosten, das hatte ich mir fast schon gedacht, war natürlich die Verpflegung. Das habe ich jetzt alles einfach zusammengezählt. Vom ersten Brei über Brot und Butter, Kartoffeln, Reis, Fleisch und Gemüse und so weiter, bis zum Knabberzeug, Abends, Klassenfahrten, plus die Kleiderpauschale von 4 Euro jeden Tag, plus Krankenversicherung, plus Betreuungskostenpauschale, Urlaube, dann liegen wir insgesamt bei 563.476 Euro und 26 Cent. Die 26 Cent können wir ihr doch erlassen, oder? Ja, klar, die erlassen wir ihr. Und da haben wir schon einiges weggelassen, zum Beispiel Geschenke, da dachten wir uns... Was wir unserer Maus geschenkt haben, das haben wir unserer Maus geschenkt. Und das kommt nicht auf die Rechnung, Basta. Das ist super nett von dir, danke, Papa. Du musst uns das natürlich nicht alles auf einen Schlag zurückzahlen.